Musik Tag 2 vom Internationalen Deutschen Tourenfest hier in Berlin. Wir sind gerade im CityCube beim Finale von All The View der Westen. Hier kämpfen alle Gruppen um den Titel DTB Showruppe 2015. Musik Musik Ich habe gerade die Mädels gesichtet mit den coolsten Outfits. Das ist die Showruppe Emotions. Wie geht es euch? Sieht die Stimmung kurz vor dem Aufblick. Also wir stellen halt die Götter des Lüfters und wir versuchen halt mit diesen Astrofoise mit den Lichtern an bestimmten Zeitpunkten in der Show dann diese Götter in Szene zu setzen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Dankeschön. Ganz süß Spaß. Vielen Dank. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir freuen uns auf jeden Fall. Musik Das Schauteam Emotions. Wie war es für euch jeden? Sie haben auch die Götter heute. Ja, es war gut, wenn es sich so gut durchgekommen. Kein einzig mal, letztes Glück auf mich. Also alles gut gelaufen. Und wie fühlt es sich an? Sehr gut. Kaputt. Ganz schön anstrengend. Musik Musik So Leute, bei euch geht es gleich los. Wie ist die Stimmung kurz vor dem Auftritt? Sind alle ein bisschen aufgeregt? Ja. Nein. Aber wir sind gut, oder? Ja. Warum glaubt ihr, dass genau euer Team ausgerechnet heute gewinnen wird? Ja, weil wir jetzt gewinnen. So, wir haben den Auftritt hinter euch. Wie war es? Das ist ganz gut gelaufen. Also die Stimmung war Bombe hier in der Halle, das war echt cool. Wir hatten zwar eine kleine Stürze dabei, aber wir haben keinmal mit allem vorher zusammen trainieren können. Von daher war das völlig in Ordnung. Aber ihr seid erleichtert. Ja. Wir haben es jetzt hinter uns. Jetzt können wir nur noch abwarten, was die Türi draus machen und ja. Alles klar. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Dankeschön. Sehr schön. Perfekt. Tschüss. Ich habe jetzt das Showteam Blues Brothers vor der Kamera. Leute, wie war es? Super. Mega. Mega anstrengend, aber tolles Publikum. Applaus war geil, hat Spaß gemacht. Ich war nervös, aber nervös, aber nervös, aber nervös, aber nervös wird dazu. Aber mega Spaß gemacht. Voll alles geklappt, alles gut gemacht. Ja, dann drücke ich euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr gewinnt und auf der Ghana auftreten wird. Hoffentlich. Danke, 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 danke. Und wo Spaß auf jeden Fall auch noch garantiert ist, ist es bei Sportmetropole aktiv am Brandenburger Tor. Und dazu nehme ich euch jetzt mit. Wir sind jetzt bei Sportmetropole aktiv. Hier gibt es einige Sachen zum Ausprobieren und genau das werde ich jetzt machen. So, ich sehe jetzt hier gerade die Genete. Kannst du mir erklären, was das ist? Das ist ein Rudergerät. Das sagt ein Koppenskopf. Also wenn man im Winter nicht rudern kann, weil der See zugekommen ist, dann muss man auf das Rudergerät zurückgreifen. Hier wird gerade Seilspringen angeboten. Da schnapp ich mir gleich mal ein Seil und los geht's. Eins, zwei, drei. So, ich habe euch gerade von Weitem gesehen mit diesen Stägern. Ja. Habe ich noch nie zuvor gesehen. Das ist es. Also was macht ihr hier? Ja, dieser Sport heißt Hurling. Es ist ein ganz alter irischer Sport. 3000 Jahre geht er zurück. Es ist ein Mix aus Hockey, Baseball, Lacrosse. Sehr dynamisch, sehr schnell. Macht unheimlich viel Spaß. Und ja, wir spielen das in Berlin. Wir sind der Setante Berlin Gaelic Club. Heute war mal wieder ein ereignisreicher Tag. Aber morgen wird's mindestens genauso cool. Sportmetropole Aktiv ist wieder den ganzen Tag für euch am Start hier am Brandenburger Tor. Außerdem dürft ihr auf gar keinen Fall das Mittwach-Angebot Yoga auf der Reichstagswiese verpassen. Abends geht's dann zur Speed Night. Kommt mit uns mit. Seid dabei. Das war's für heute mit Hauptstadt Sport. Eure Elisa.